Iberostar Sahara Beach An einem weitläufigen Strand, nur 8 Kilometer von Monastir und 12 Kilometer von Sus entfernt, liegt das Iberostar Sahara Beach. Ein Ferienhotel der Drei-Sterne-Kategorie, ideal für Familien mit Kindern. Diese Anlage verfügt über 1042 Zimmer und ist ein wahres Urlaubsparadies, das seinen Gästen einen unvergesslichen und vergnüglichen Aufenthalt beschert. Zum Serviceangebot gehört eine breit gefächerte gastronomische Auswahl, die unter anderem aus einem Restaurant mit einer Vielzahl kulinarischer Verlockungen, einer Pizzeria, einer Snackbar, einer 24-Stunden-Bar und einem arabischen Café besteht. In den Gartenanlagen befinden sich drei Swimmingpools für Erwachsene, ein Kinderbecken, Sonnenterrassen, Liegewiese und Sonnenliegen. Das Zimmerangebot besteht aus Doppelzimmern für eine oder zwei Personen sowie Familienzimmer. Alle Zimmer sind voll ausgestattet mit Telefon, Bad, Klimaanlage und einem möblierten Balkon mit Blick auf das Meer. Doch im Iberostar Sahara Beach haben wir auch an Ihre Unterhaltung gedacht und bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Animationsprogramm bei Tag sowie Shows und eine Diskothek für den Abend. Wenn Sie darüber hinaus im Urlaub gern Sport treiben möchten, dann stehen Ihnen im Hotel Iberostar Sahara Beach fantastische Sportmöglichkeiten zur Verfügung. Darunter 10 Tennisplätze, Aerobics, Bogenschießen, Volleyball, Fußball, Basketball, Tischtennis, Fahrradvermietung, Minigolf und Reiten. Iberostar Sahara Beach – Genießen Sie Ihren Urlaub! Untertitelung des ZDF für funk, 2017